hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von minecraft so was machen wir was machen wir machen wir hier weiter oder was oder kommen wir ernten erst mal ein bisschen karotten wenn die schon reif sind sie kann das sein dass die musik ein bisschen leise ist oder ist mein kopfhörer so leise eingestellt naja ist ja auch wurscht 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 ist ja nicht schlimm ne ja askermann fällt wieder ins loch habe ich noch platz im winter ja ein bisschen so da achte die da hätten die lasse ich erst mal wir müssen ja noch am tunnel weitermachen koppel hier noch koppel es gibt ja noch einen schönen vorschlag von danger day habe ich richtig ausgesprochen ne ich hoffe es zumindest ja danger day ich glaube es richtig er meinte ja vielleicht von den auch gott wie heißt das weiße zeug da muss ich erst mal gucken auf jeden fall von dem weißen zeug linksbums da oben von links nach rechts oder zweimal also immer so abwechselnd von granit und den anderen zeugs immer abwechselnd muss ich mal schauen was am besten aussieht was mir auch gefällt ich weiß nicht mehr wie heißt das andere zeug da es keine ahnung kann ich gar nicht aussprechen momentan also muss ich gleich erstmal gucken jetzt erstmal kies ich weiß nicht so viel koppel zweimal hier so ja mach ich so ne zerläuft ja ein bisschen hier ne man kann denn hier auch wieder ein bisschen was wird schon wieder dunkel ne du willst mich verarschen das ist hier so ein bisschen so und dann machen wir ein bisschen erde grobe erde erde oh komm wieder mal grobe erde und dann können wir so einen busch darauf setzen und dann haben wir jetzt keinen so ein bisschen zerläuft hier und wie machen wir den eingang lassen wir den hier so mache ich da mache ich den ein weiter raus ein weiter rein da werde ich gleich erstmal treppen machen nehme ich da auch koppel ja ich nehme erstmal koppel ja dunkel war ja klar dunkel 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 immer wenn ich anfangen aufzunehmen wärts dunkel das ist ja nix neues ach hier hätten müssen wir ja auch noch aber hier wollte ich kein koppel reinmachen vielleicht kann ich ja auch von dem granit oder so ich weiß es noch nicht überall baustellen hier überall baustellen oh man so kommen wir wollen mal hier wieder zack stein die andere kiste war auch schon voll ne ei 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 obwohl das vielleicht mal umwandeln äh da umwandeln hier den granit in polierter granit aber erstmal die märchen weg rohes fleisch weg weg damit eier die hau ich gleich erstmal raus da kann man hinderstall bauen oder gehege mhm ähm eisen warm habe ich da eisen so eisen kommt dahin warum habe ich hier so viele fackeln die oh komm erstmal weg da so drei stecken fackeln man 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 so so die da hin und so und da polierter granit und so und da und zack so jo da haben wir schon ein bisschen was da können wir ein bisschen rumbasteln da am tunnel und das andere zeug wo war das denn nun noch äh war das hier hinten oh da habe ich nur zwei stecken von ah bisschen wenig ne ich weiß noch gar nicht mehr wo das war da müsste ich irgendwie das andere video nochmal angucken von 150 abonnenten das spezial special video hatte ich denn wieder ne die koordinaten hatte ich gar nicht gespeichert äh da muss ich sonst so nochmal hinlaufen so das kann man ja auch hier Dingsbumsen also ne polierter Diorit Diorit ach keine ahnung wie man das ausspricht Diorit 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 polierter polierter ok Weizen ok gehen wir gleich mal zu den Kühen aber da halte ich auch noch ein bisschen hier wieder äh nein so schaufel da erstmal hin oh ich hab aber auch viel Kram hier Leder da so Weizenkörner drei stück Kohle da rein äh Feuerstein hier rein ein bisschen in die Tasche hier ein bisschen leer kriegen Apfel brauche ich jetzt auch nicht hier beim Essen rein habe ich Zaun irgendwie fertig parat oder so da 19 mal Zaun wunderbar hmmm brauche ich gleich mal und dann brauche ich noch eine Tür dann mache ich aber so eine Tür ein bisschen das ein bisschen Abwechslung rein kommt oder machen wir oder machen wir ne da nehme ich den nur mal so für für ja nehme ich den ok da brauche ich mal noch Stiggis Stiggis wo sind die denn schon wieder habe ich dir keine Stiggis bin ich blind äh mhm oh ist das alles so kompliziert hier wieder nein ich will keinen Kies ich will da ein bisschen äh so jetzt Stiggis Stiggis äh war das so eine Tür ja alles klar dann kann das wieder weg da ist die Tür hier Junge 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 Warte mal wir haben doch hier hinten noch Platz äh ich weiß nicht ne da kommt nochmal ach komm das ist jetzt erstmal ja ist erstmal egal ich brauche erstmal einen kleinen Hühnerstall oh das ist aber nicht symmetrisch oh was ist das denn hier für achso das ist überhaupt nicht symmetrisch das gefällt mir nicht jetzt habe ich auch keine doch habe ich hier erstmal erstmal ne so und ich hoffe da kommen jetzt mal Hühner raus aus den drei Eiern da war das ja eben nicht so äh ja zwei Eier hä oder hat das Hühnchen da ein Ei gelegt und habe ich irgendwie mit eingesammelt habe äh gar nicht gemerkt jetzt so drückt die Daumen Leute drückt die Daumen dass da ein Hühnchen raus kommt schönes Hühnchen und zwei Versuche noch und nur noch ein Versuch ach nein das ist doch schade kein Hühnchen rausgekommen so ein Mist Mann bestimmt war das nicht symmetrisches der Eingang ist nicht symmetrisch mit der Tür hier mit der Pforte oder Garden Town oder ja ja wie auch immer wie auch immer hier ist wieder naja so zu den Kühen zu den Kühen ich wollte doch schlafen naja ist jetzt auch egal wird ja eh bald wieder hell so bleibt doch hier gehst du da weg so kommen sie ran kommen sie ran kommen sie ran hier kuscheln 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 ah seid ihr schon abgehauen zwei drei sind hier schon weg oder äh ja so ah war jetzt schon alle ok da hau ich wieder ab tschüss äh hallo was willst du denn da jetzt kommst du an wenn ich fertig bin ne mit Ausheben na oh Gott und eins und zwei und drei und BOOM nein ach du Schei du kriegst die Tür nicht zu man man ich sag auch noch BOOM ey das ist doch nicht wahr oh na toll noch mehr Arbeit naja so erst mal mich hier Fackeln Feuerstein toll das Loch haben wir Feuerstein gekriegt ja wunderbar wunderbar das ist auch nicht das der muss ja noch weg der muss ja noch weg hier passt dann nachher wieder nicht oh jetzt habe ich hier so ein Loch oh jetzt habe ich hier so ein Loch oh man oh ja ja wie mache ich das wie mache ich das naja auf jeden Fall muss das erstmal hier weg ja ich will das breit genug haben hier ich weiß nicht ob ich später noch was hier so hinten mache deswegen muss breit da muss breiit muss ich eben noch ein bisschen mehr ausheben Nützt ja all nix, ne? Müssen wir ein bisschen ausheben hier. Schaufel. Wo ist denn die Schaufel jetzt? Oh Mann, 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 Mann. Ja, da ist Kohle, ist mir egal, ist mir egal. Es ist dunkel. Ich mach hier immer auf den Boden die Fackeln. So, soll ja nicht zu dunkel sein hier. Oh, er wird richtig breit, ne? Ja, komm gleich mit der Wand rein. Ja, wo Kohle ist, baue ich ab, aber ich baue jetzt nicht hier. Nee, nee, komm. Da gehen wir lieber in eine Mine, wenn ich sag, ich brauche Kohle, dann suchen wir so eine schöne Mine oder, ja, Höhle und dann, ja, dann fahren wir Kohle, aber jetzt nicht, ich brauch sie nicht. Nee. So, da auch noch die Ecke, kommt auch noch weg, so, da muss der Achthauten jetzt auch noch. Ich weiß aber nicht, wie mir das so gefällt. Ich werde ja am liebsten auch mit, irgendwie mit, also, Stützpfeilermäßig arbeiten, Stützpfeilermäßig. Vielleicht noch mit Koppelstreppen, ach siehste, wollte ich auch noch bauen. Äh, Bruchsteintreppen. Hm. Ich weiß es noch nicht, hier muss auch noch weg. Ich sag ja, ich mach mir ja vorne keinen Plan oder so, ich hab so ein paar Sachen im Kopf, ja, aber meistens immer drauf los, ich baue immer drauf los und dann mal sehen wir es wert. Meistens kommt dann immer die Ideen oder die Einfälle. Und Leute, die Folge ist gleich schon wieder vorbei. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. 15 Minuten sind gleich wieder vorbei. Man, die Zeit, die läuft. Hm. Ähm, ich guck jetzt mal, wie das hier aussieht. Naja, also ich find das nicht so schön. Also, äh. Kann man das vielleicht so oder so? Vielleicht doch so. Ich, ich muss mal gucken, sonst reiß ich das wieder ab. Dass man irgendwie denn dazwischen was anderes macht noch. Äh. Nein. Wird man denn hier in der Mitte wieder was anderes? Oder macht man jetzt so? Warte, dann haben wir so... ...T-Stücke drin oder sowas. Hm. Ich weiß noch nicht. Ich mach beim nächsten Mal weiter. Ich muss mal überlegen. Vielleicht fällt mir noch was anderes ein. Auf jeden Fall, Leute. Die Folge ist schon wieder vorbei. Tut mir leid. Äh, äh. Und zu Ende. Ja, heute ist Freitag. Aber morgen Samstag. Also Samstag kommt jetzt keine Folge. Also die nächste Folge Minecraft überhaupt folgen. Die kommen erst wieder Montag. Weil ich bin, äh, bin übers Wochenende nicht da und kann nicht aufnehmen. Ne? Also, sorry. Aber so ist das ab und zu mal. Real life, real life. Und ich bin halt unterwegs, ne? Auf jeden Fall, Montag geht's dann weiter, ne? Und dann mach ich vielleicht... Mal gucken. Vielleicht mach ich dann auch ein paar Minuten länger. Mal schauen, wie ich Lust und Zeit hab. Ja, wenn's euch gefallen hat, lasst mir ein Abo da. Lasst mir einen Daumen nach oben da. Und bis dann. Tschüss. Tschüss.